Hallo, ich bin die Susanne Neff und heute wollte ich euch von dem Channeling erzählen, das ich gemacht habe mit einer ARA-Feder. Und dafür nehme ich einfach immer die Feder von dem Vogel in die Hand und bitte um eine allgemeine Botschaft. Und die Sachen, die über mich speziell gesagt werden, die nehme ich natürlich raus. Ich leuchte dir den Weg mit meinem bunten Gefieder. Ich erhelle deinen Gemütszustand mit meinen schrillen Farben. Ich bringe dir das Außergewöhnliche, das Besondere. Ich trenne Schatten vom Licht. Ich weise den Weg durch die Dunkelheit ins Licht. Ich bin immer an deiner Seite. Ich erfreue deine Sinne und lade dich zu einem Ausflug ein. Aus deinem alten Nest in eine neue, unbekannte Welt der schillernden Farben, der leuchtenden Welt. Erhellt bei Tag und Nacht, sodass die Dunkelheit fast weggeblasen ist. Die Dunkelheit birgt die Stille in sich. Das In-sich-Gehen, das Lauschen, das Zuhören, Hinhören und Wachsen. Auch du wirst an deinen Aufgaben wachsen. Ich bringe dir Mut und Zuversicht, Toleranz und Akzeptanz. Ich bin der rote Faden in deinem Leben. Geh hin, wo du mich siehst. Ich weise dir den Weg. Ich begleite und beschütze dich. Ich befreie dich von alten Glaubenssätzen und Mustern. Ich bin da. Ciao.